Über emotionale Manipulation und gesunde Autonomie. Meine innere und äußere Reise in die emotionale Freiheit. Hast du dich schon einmal gefragt, warum dein Leben trotz maximalen Energieaufwands nicht so leicht läuft, wie du es dir eigentlich wünschst? Ich habe mich das fast 40 Jahre meines Lebens gefragt und erst nach vielen schmerzlichen Erfahrungen gesunde Antworten gefunden. Welche das waren und wohin sie mich heute gebracht haben, das erzähle ich dir in meiner Geschichte. Vermutigen, vorausgehen, in stürmischen Zeiten. U-Bahn oder Klinik. Mit diesen drei Wörtern teilte mir meine damals 13-jährige Tochter unter großer Anspannung mit, in welcher emotionalen Notlage sie sich gerade befand. Ich war schockiert. Nicht wegen der Aussage, sondern weil mir schlagartig von einem Moment auf den anderen klar wurde, was in meinem eigenen Leben bisher schiefgelaufen ist. Der Mensch, den ich am meisten in meinem Leben liebe, machte mir bewusst, dass ich ihn komplett übersehen hatte. Ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, hatte mich so sehr in den Aufbau einer idealen Welt verrannt, dass ich gar nicht mehr wahrnahm, worin die wirklich wichtigen Bedürfnisse meiner Liebsten eigentlich bestanden. Ich bin Jungvater geworden, war damals gerade mal 20 und schrieb gerade mein Abitur, als Coralie das Licht der Welt erblickte. Der schönste Moment meines Lebens, den ich niemals vergessen werde. Gleichzeitig war ich noch so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich noch gar nicht wusste, wohin ich in meinem Leben eigentlich wollte. Gleichzeitig fühlte es sich komplett richtig an, meiner Tochter das Leben zu schenken und sie nicht abtreiben zu lassen. Eine der wichtigsten intuitiven Entscheidungen meines jungen Lebens, die ich im vollen Vertrauen traf. Denn auch wenn ich damals noch nicht wusste, wo ich selbst eigentlich einmal hin wollte, so spürte ich doch, dass es so sein soll, dass sie auf die Welt kommt. Doch plötzlich war ich in einer der größten Umbruchsphasen meines eigenen Lebens damit konfrontiert, dass meine geliebte Tochter sich selbst verletzte und sich nun das Leben nehmen wollte. Ich hatte mich gerade erst von ihrer Mama getrennt und war selbst dabei, mein Leben neu aufzubauen, als uns ihr Hilferuf erreichte. Wir saßen zu diesem Zeitpunkt gerade in der Küche der bisherigen Ehewohnung nachdem ich gerade aus Berlin zurückkam, wo ich mir ein neues Leben aufbauen wollte. Doch das war gescheitert, denn ich wollte im Außen lösen, was ich nur im Innen lösen kann. Meine Tochter hielt mir dazu nun ihren schmerzhaften Spiegel vor. Wir entdeckten die Tiefenschnitte auf ihrer Haut und plötzlich fiel die ganze heile Welt in sich zusammen, ganz ohne Vorwarnung. Ich kann mich lebendig erinnern, was das für ein intensiver Moment war. Er fühlte sich an wie eine Mischung daraus, ihre Geburt zu erwarten und ihren Tod zu befürchten. Nur dass sie diesmal selbst am Hebel saß und meine Einfühlsamkeit das einzige Mittel war, um sie in der Wahl ihrer Entscheidung zu beeinflussen. Mir wurde schlagartig bewusst, was die Jahre zuvor alles falsch lief, was ich alles versäumte und wo ich mir selbst etwas vormachte. Ich wollte meine eigene Depression einfach nicht wahrhaben, verdrängte sie, bis es sich nicht mehr weiter verdrängen ließ. Ich erkannte in der Suizidberatungsstelle, wo wir ein Gespräch für Coralie führten, dass ich mich jetzt um mich selbst kümmern durfte. Denn nur so konnte ich endlich in der Form für sie da sein, wie sie es auch verdient hatte. Es ging nicht darum, ihr Leben zu retten, sondern es erst richtig möglich zu machen. Diesen Moment werde ich niemals vergessen. Als ich später mit ihr am Münchner Gärterplatz das Gespräch führte, in dem es darum ging, sie davon zu überzeugen, dass Klinik der bessere Weg als der Sprung vor die U-Bahn ist. Ich gestand ihr an diesem Nachmittag, dass ich ganz genau weiß, wie sich Selbstmordgedanken anfühlen. So nahe fühlte ich mich seit ihrer Geburt nicht mehr zu ihr. Es war unglaublich befreiend, das endlich einmal laut auszusprechen. Auch wenn es der Moment war, in dem es um ihr Schicksal ging. Es ging aber mindestens genauso um mein eigenes. Meine perfekte Welt fällt zusammen. Über die Jahre seit Coralys Geburt hatte ich die perfekte Familienweltfassade aufgebaut. Ausbildung mit Note 1 und besondere Auszeichnung abgeschlossen. Karriere im Vertrieb gemacht und mich erfolgreich die Karriere leider hochgearbeitet. Spitzenverdienst erzielt und schicke Firmen wegen gefahren. Ich hatte eine riesige Altbauwohnung in der Münchner Innenstadt mit Blick auf die Isar gehabt. Meine Ex-Frau hatte ich knapp drei Jahre nach der Geburt unserer gemeinsamen Tochter geheiratet, was den Anstrich der makellosen jungen Familie nach außen hin rund machte. Beruflich hatte ich große namhafte Kunden, wurde in strategische Unternehmensentscheidungen einbezogen und mehr oder weniger in meiner Kompetenz respektiert. Ich kam, wann ich wollte und ging, wann ich wollte. Naja, so interpretierte ich es damals zumindest. So entstand jedenfalls eine Komfortzone, in der ich mich bequem ausdehnen konnte, um das Geld nach Hause zu bringen, das das schicke Münchner Stadtleben ermöglichte. Dazu kam dann noch ein kleiner Rassehund, der unsere junge Familie im Herzen verbannt. Doch was dabei nicht nach außen drang, war meine innere Zerrissenheit. Das Damoklesschwert, das immer über mich hing, wenn ich mir meine Bettdecke über den Kopf zog und nicht mehr weiter wusste. So lag ich dann einen Tag oder zwei im Bett, darauf wartend, dass irgendjemand kam und mir meine unausgedrückten Bedürfnisse von den Lippen ablas. Doch stattdessen erlebte ich das Gegenteil und verlor mich immer weiter in dieser selbstgemachten Abwärtsspirale der tiefen Dunkelheit. Wir seien Meister darin, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre und wir gar keine Probleme hätten. Das sagte uns der behandelnde Psychotherapeut in der Klinik, als wir dort nach der Einlieferung unserer Tochter in der geschlossenen Unterbringung über den weiteren Therapieverlauf sprachen. Das machte mich damals ziemlich perplex, da er damit einen offensichtlichen Selbstbetrug aufdeckte. Schlagartig wurde mir bewusst, was in meiner Familie alles unter den Teppich gekehrt wurde und welche Rolle auch meine Eltern dabei spielten. Das wahre Ausmaß sollte mir aber erst später bewusst werden. Doch bereits an dieser Stelle meiner Geschichte machte mir der Therapeut das Angebot, einmal ein Gespräch mit mir und meinem Vater zu führen. Er erkannte offensichtlich Zusammenhänge, die mir erst heute wirklich in der Tiefe bewusst sind. Wahrgenommen habe ich dieses Angebot jedoch bedauerlicherweise nie. Auch wenn meine Ex-Frau und ich damals gerade selbst nach 15 gemeinsamen Jahren unseres Lebens in der Trennung steckten, so zogen wir jetzt doch gemeinsam an einem Strang. Das kam der Genesung von Coralie glücklicherweise sehr zugute und brachte auch uns beide bis heute auf eine wertschätzende Ebene, auf der wir Respekt und Würde voll miteinander umgehen. Doch meine kleine perfekte Welt brach in diesem ganzen Chaos auf einmal zusammen. Als ich selbst gerade alles aufgegeben hatte, meinen langjährigen sicheren Job, meine schicke Münchner Ehewohnung, meine Band, meine langjährige Ehe, damit meine kleine Familie und irgendwie auch meine Tochter. Ich stand vor dem Nichts. Kein Job mehr, keine Wohnung, kein Hobby, keine intakte Familie mehr. Neustart. Nach der Rückkehr von einer gescheiterten Beziehung in Berlin, die ich gerade einmal zwei Monate physisch in engstem Zweiraum aushielt, zog ich kurzerhand in das freigewordene WG-Zimmer meines langjährigen Freundes aus Teenager-Zeiten. Wir hatten bestimmt zehn Jahre lang kaum Kontakt und ich hatte das Zimmer und die Wohnung zuvor noch nie gesehen. Doch als feststand, dass ich dort einziehen konnte, sagte ich aus dem Bauch heraus sofort zu. Mein gesamtes verbleibendes Leben passte zu diesem Zeitpunkt in einen kleinen Transporter. Ich war dankbar für die einzigartige Gelegenheit, die mir in dieser Phase meines Lebens irgendwie den Arsch rettete. Die größte Verantwortung meines Lebens. Während also meine Tochter in der Klinik ihr Leben gerade neu sortierte und ich meinen Lebensmittelpunkt restrukturierte, begann die Suche nach einem Therapeuten für meine eigene Psychotherapie. Und in dieser Phase war ich selbst oft auf Achterbahnfahrt, hatte immer wieder Tiefs gefolgt von Hochs. An manchen Tagen fühlte ich mich kraft- und machtlos, sah keine Perspektive und Zukunft mehr. An anderen Tagen schöpfte ich frischen Mut und Lust, meine Zukunft neu zu gestalten. Es ist bis heute selbst für mich unglaublich, dass ich genau in dieser Zeit den bis dato höchst bezahlten Job mit der größten Verantwortung meines bisherigen Lebens angenommen hatte. Denn als ich für das Bewerbungsgespräch nach Frankfurt am Main flog, um dort den englischsprachigen Boss zu treffen, fühlte ich mich selbst nicht einmal sicher, dass ich überhaupt irgendeine Chance darauf hätte. Ich war in einem ganz schlechten Kontakt mit mir selbst, spürte mich nicht gut und konnte demzufolge auch nicht beurteilen, wie ich nach außen hinwirkte. Nach dem Gespräch dachte ich, das war's, die nehmen mich nicht. Doch überraschender Beweise bekam ich einen Anruf mit einer Zusage. Also wurde ich Sales Director Germany für ein renommiertes US-Unternehmen und war in kompletter Eigenverantwortung für den Aufbau des gesamten deutschen Marktes zuständig. Mein Einstiegsgehalt lag bei 120.000 Euro, später sollte ich sogar bis zu 160.000 Euro verdienen. Ich lernte das Who is Who der deutschen IT-Sicherheitsbranche kennen, verhandelte Rahmenverträge mit den CIOs der deutschen Wirtschaft und stürzte mit hochrangigen Vertretern der Hacker-Szene in Rockkneipen in Amsterdam, Berlin, London oder Prag ab. Zweimal im Jahr flog ich geschäftlich in die USA, um dort in Orlando oder Washington an Konferenzen mit rund 1.000 Security-Vertretern internationaler Konzerne teilzunehmen. Ich werde es nie vergessen, wie ich das erste Mal im Disney-Hotel in einem Konferenzraum mit ca. 20 Amerikanern unterschiedlicher Dialekte an einem riesigen Eichentisch saß, um die Umsatz- und Wachstumszahlen des vergangenen und kommenden Jahres zu besprechen. Ich fühlte mich dort zwar wie ein Auszubildender, doch ich war jetzt Director. So lernte ich also mit den Firmenbossen in Fünf-Sterne-Hotels und erstklassigen Steakrestaurants das Leben der anderen kennen, das mir bis dato völlig fremd war. Irgendwie fühlte ich mich dort wie ein Alien, doch mein Titel und Arbeitsvertrag bezeugten schwarz auf weiß, dass ich jetzt eine tragende Rolle beim Aufbau eines internationalen Unternehmens inne hatte. Ich konnte es noch nicht so richtig glauben, denn meine innere Stimme erzählte mir etwas anderes. Als ich mit den beiden anderen, neun Kollegen aus Großbritannien und dem Mittleren Osten, an einem Stehtisch in der Lobby stand, spektulierte unser Boss noch spaßhaft darüber, wer von uns dreien wohl als erstes aussteigen würde. Nach außen hätte ich es zu diesem Zeitpunkt wohl nie zugegeben, doch innerlich spürte ich bereits jetzt ganz klar, dass ich das sein werde. Denn ich fühlte mich wie ein Fremdkörper im System, wie ein Spion im Feindesland, der nur mal kurz zu Besuch dort war, um zu schauen, wie es denn da so ist. Und ich sollte Recht behalten, denn nach knapp zweieinhalb Jahren erfolgreichen Geschäftsaufbaus und in die Höhe schießender Umsatzzahlen, aber weiterer innerer Entfremdung aus einem narzisstischen System sollte ich dort abgelöst werden. Auch wenn der Erfolg und das Wachstum eindeutig für mich und meine Leistung sprachen, so wurde ich doch zunehmend unbequem für die Geld- und machtgierigen Firmenbosse. Die entschieden nämlich, trotz vertraglicher Vereinbarungen, mich am langen Arm verhungern zu lassen und einfach nicht zu bezahlen. Es fühlte sich an wie David gegen Goliath. 80.000 Euro allein an Provisionen für Millionen-Deals mit namhaften deutschen und internationalen Großkonzernen standen offen. Doch die Bosse entschieden, mich einfach zu kündigen, obwohl es jeglicher Rechtsgrundlage entbehrte und vor keinem deutschen Arbeitsgericht Bestand gehabt hätte. Doch die Vertragssituation war komplex und meine damalige Anwältin, die selbst gerade in einem Burnout steuerte, vertrat mich mehr schlecht als recht und verspielte Chancen. Es fiel mir damals schwer, darin das Geschenk zu entdecken, doch heute kenne ich es und bin unglaublich dankbar dafür. Denn ich war an goldene Ketten gelegt, die ich selbst niemals hätte sprengen wollen. ich war an goldene Ketten gelegt, 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 Untertitelung des ZDF, 2020